Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Crysis 3 Multiplayer und Speere auf Flughafen. Habe ich heute schon mal Speere gespielt? Ich glaube noch gar nicht. Na egal, es ist heute ein Wochenende, ich muss eine kleine, beziehungsweise ich will eine kleine Runde aufnehmen, habe jetzt eine Runde hier schon gespielt auf dem Surfer, das heißt ich bin noch nicht so wirklich dazu gekommen zu trainieren. Aber die Folgen müssen ja weiterlaufen, ne? Dann wollen wir mal schauen, was hier Taco ist, Speere, also ich glaube echt, dass ich das noch nicht kenne. Speere sichern! Oh je je! Ja, keine Ahnung, Speere sichern, äh, laufen wir doch einfach hier erstmal kreuz und quer, ah, da müssen wir also hin, ABC irgendwo. So, und auch mal einen freundlichen Gruß an dieser Stelle an zwei meiner Zuschauer. Einmal an, oh, je, que, que, que renta, meine Güte, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, der ja auch einer meiner tollsten Zuschauer im Moment ist. Ich freue mich immer, wenn dir meine Folgen gefallen. Findeleer-Sick-Einahme.de! Aber ich hoffe, es freut euch, also seid ihr grüßt hierbei und natürlich auch alle, alle anderen Zuschauer hier. So, jetzt sollte ich mich vielleicht erstmal aufs Spielgeschehen hier konzentrieren, ich habe nur gar nichts gemacht. So, wir wollen mal hier mal so ein bisschen, ich habe euch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Erobert, erobert! Erobert! Dann wollen wir mal weiter, ne? Ne, meine Spiele habe ich echt noch nicht gespielt, was ist hier eigentlich gerade los? Noch nicht so viel anscheinend. Ich habe auch noch keinen Gegner gesehen. War es ein Gegner? Uah! So, wir hoffen, dass jetzt hier nicht gleich einer um die nächste Ecke gewetzt kommt, während ich hier im Erobern bin. Ah, da kommt noch Verstärkung. Super! So, hier hinten ist... Ah! Hehehe, mit dem Ding anlegen ist leider nicht so toll. Da werden wir auch die meisten von den Jungs... Komm, 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 komm! Oh, da hat er mich doch getroffen. Bloß mal hier ein bisschen wegrennen. Ist er wieder hochreilt? Oh, da hinten ist was los. Da wollen wir auch noch mal gleich hin. Ja, ist schon erledigt. Gut. Hey, Jungs! So, dann wollen wir hier über die Flanke rennen. Gucken, was wir tun können. Ist da jetzt einer von uns drin? Äh, am C ist was los. Ja, immer noch. Wir haben einen Boardsniper. Tag die Feinde aus. Hulala, hopsalea, hoppalee. Ja, ja, hier für dich, mein kleiner Freund. Boah, ich hab keine Munition mehr. Das ist mal was Neues, oder? Habe ich sie jetzt nur leer geschossen? Ich hab echt keine Munition mehr. Geil! Tötet mich! Ich geh jetzt einfach rennen, zieht nach Oberarzt. Wieder was los? Wir haben ein Name vom Tee geregert. Fuck! Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Und erobert! Auf zu B! B holen wir uns jetzt sofort wieder. Ne, ist aber echt nicht viel. Also, Gefechte hab ich jetzt nicht noch nicht viele gehabt. Muss man ja mal sagen. Hi! Jawoll, also, aufi! Aufi, aufi! Ja, komm, töne mich! Töne mich, töne mich! Ich hab hier keine Munition mehr. Also, los! Jetzt ist es schon wieder hinten bei A. Was ist los? Zurück, 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 zurück! Da war doch gerade einer, wo? Bam! Ja, ich... Hey, wegen, sei jetzt wieder Munition! So, aufi! Aufi nach A. Das ist mein Punkt. Und den holen wir uns jetzt auch mal nach Möglichkeit wieder! Dammit! Da stand noch ein anderer Nähe. Das ist, wenn man sich auf ein... Oh! Mit dem großen Ding! Hallo! Da kann ich aber auch nicht viel machen. Ganz ruhig, ich hör zu dir, Kollege. Ja! Kollege, ich schlusschub! Damn! Und da hat er mich weggeschnitzelt! Ach, der hat mich weggeschnitzelt! Bei B ist was los, bei A ist was los? Ich gehe nach A. So, auf ihn nach B! Jetzt seht ihr mich! Yeah! Yeah! So, da hinten sind also so ein paar Schlümpfe. wollen wir uns doch hier mal rumschleichen. Yeah! So! Huh! Gut! Probieren Sie nächstes Mal ein paar neue Taktiken aus. Halten Sie sie auf Traf! Hahaha! Naja, gar nicht mal so schlecht die erste Runde zum Warmen werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Crysis 3 Multiplayer. Tschöööö!